So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und ich habe es euch schon angekündigt, es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir beim Burghof essen holen oder essen gehen, wie auch immer. Ich wollte ja noch ein was testen, hier seht ihr nochmal die Karte, Pizzeria Burghof. Und das, was ich noch testen wollte, war die namensgebende Pizza Burghof. Die steht nämlich hier, die 58, Pizza Burghof, Tomatensauce, Mozzarella Käse, argentinische Rinderfiletstreifen, Peperoniwurst, Zwiebeln, frische Chamignons, Rucola, Parmesanhaube, 15,90 Euro oder bei Abholung 11,13 Euro. Die steht zwar schon hier, das ignoriert ihr jetzt aber mal, dass die hier steht. Und ich hatte ja eh noch ein Hühnchen zu rupfen mit dem Burghof, da beim letzten Mal Pupsi ja dieses Schnitzel hatte und ich diese Burger und wir einen Beilagenwechsel verlangt haben. Wir wollten statt Pommes diese Twisterkartoffeln. Jetzt ist das sowieso schon komisch, das erste Mal, als ich einen Burger mit Twisterkartoffeln genommen habe, habe ich den normalen Preis bezahlt. Das hat nicht mehr gekostet. Beim zweiten Mal haben die 1 Euro mehr berechnet. Ich habe mich dann gewundert, wieso es mehr kostet. Dann haben die mir unten gesagt, ja, Beilagenwechsel kostet 1 Euro. Beim ersten Mal nicht. Vergessen. Nicht gewusst. Beim zweiten Mal 1 Euro. Habe ich gedacht, ach so, wenn ich das weiß, okay, kein Problem. Dann bestelle ich beim dritten Mal, nehme einen Beilagenwechsel. Dann sagt, sie sagt, ja, okay, kein Problem. Und ich frage selber, kostet das jetzt was? Und sie sagt, ja, 1,50 Euro, der Beilagenwechsel. Ich habe es wieder nicht verstanden. Erst kostet es nichts, dann 1 Euro. Dann plötzlich 1,50 Euro. Also, wer weiß was, wer weiß mehr, was stimmt, was stimmt nicht. Jetzt habe ich gesagt, ja, kein Ding, mach mal das. Dann hat sie kurz mit dem Chef geredet, warum auch immer. Und dann haben sie gesagt, mach mal 1 Euro. 1 Euro, kein Problem. Also habe ich insgesamt 2 Euro mehr bezahlt. Einmal bei dem Schnitzel, einmal bei dem Burger. Damit wir Twister-Kartoffeln haben. Dann habe ich das zu Hause aufgemacht. Weder bei dem Schnitzel waren Twister-Kartoffeln dabei. Noch bei dem Burger waren Twister-Kartoffeln dabei. Und das, obwohl ich ja den Beilagenwechsel bezahlt habe. Ich gebe ja sowieso immer Trinkgeld. Zu dem, was ich eh mehr bezahle für den Wechsel, gebe ich noch Trinkgeld. Ich gebe jedes Mal Trinkgeld. Und dann kriegst du nicht das, was du hast. Deswegen habe ich zu Pupsi schon gesagt, wenn wir da runtergehen. Das kostet 20,16 Euro. Ich nehme jetzt 20,50 Euro mit. Das ist mit Trinkgeld. So großzügig, ne? Keine Ahnung. Geht bestimmt mehr. Sie hat mir natürlich gesagt dann, das kostet 21,16 Euro unten. Pupsi hat vorher schon gesagt, mach das doch nicht. Das ist doch... Ah, dann gibt es nur wieder Ärger. Ich habe gesagt, ich gebe jedes Mal Trinkgeld. Das muss schon passen. Und das werden wir schon klären. So, ich halt so reingegangen jetzt. Habe die Pizza geholt. Habe das Schnitzel geholt. 21,16 Euro. Ich habe gesagt, sind jetzt wirklich Curly Fries dabei. Sie hat nachgeguckt. Hat so gepasst. Ich habe gesagt, beim letzten Mal, die zwei haben halt nicht gestimmt. Das hat nicht gepasst. Das hat ihr unendlich leid getan. Sie hat sich tausendmal entschuldigt. Ich habe gesagt, ja, dann... Ich habe jetzt 20,50 Euro dabei. Also statt 21,50 Euro, die ich bezahlen hätte, müssen, wollen, sollen, wie auch immer. Mach mal so. Hat sie sich bedankt. Hat gesagt, ja, dann kostet der Beilagenwechsel natürlich nichts. Und dann habe ich gesagt, okay, gebe ich ihr... Also sie verzichtet auf den 1 Euro für dieses Mal. Und ich verzichte auf den 1 Euro vom letzten Mal. Der noch ausstehen würde, weil es hat ja nur 1 Euro mir jetzt zurückgegeben. Ich hätte eigentlich noch auf den 1 Euro klagen müssen. Habe ich nicht. Habe ich gesagt, passt. Ich verzichte auf den Euro. Sie verzichtet auf den Euro. Wir treffen uns in der Mitte. Und dafür haben wir jetzt die Pizza bekommen. Wunderbar. Im Karton. So sieht die aus. Machen wir jetzt auch mal auf. Jetzt habe ich gar keine Überblendung gemacht. Jetzt müssen wir schnell die Pizza holen. Ui. Mein Spaß. Wir sind ja jetzt eh schon hier, haben geredet. Jetzt ist sie hier angekommen. Die Pizza Burghof. Und eigentlich könnte man denken, das ist einfach eine Pizza Rucola. Denn ich sehe nichts anderes außer Rucola gerade. Wir vergleichen nochmal mit der Karte. Lesen euch nochmal vor, was da also drauf ist. Zeigen euch das auch nochmal hier aus der Nähe. Dass ihr euch da selbst ein Bild mitmachen könnt. Also Tomatensauce ist natürlich unten. Ist ja eigentlich normal auf jeder Pizza. Mozzarella Käse. Ja, da ist was weißes, schmieriges. Das wird schon der Käse sein. Argentinische Rinderfiletstreifen. Da ist Fleischiges dabei. Wie man hier sieht immer nebenbei. Peperoniwurst und Zwiebeln. Peperoniwurst. Ja, kann man hier entdecken. Zwiebeln sind da dabei. Sieht man wunderbar. Frische Champignons. Haben wir da noch ein. Champignon und Rucola-Parmesanhaube. Das ist also das, was die ganze Pizza bedeckt. Die Rucola-Parmesanhaube. Guckt euch den wieder an. Blendet beide Leitz. Ja, Adi, du bist gemein. Kannst ruhig liegen bleiben. Der liegt hier, der wartet schon wieder drauf, ob er auch was abbekommt. Und wir ziehen uns jetzt mal hier was raus von der Pizza. Pizza Burghof. Aus dem Burghof. Heute ist nämlich Schlemmertag. Hier haben wir jetzt ein Stück. Da fällt hier schon der Pilz runter. Den setzen wir mal oben drauf und probieren mal. Also das, das Käsige, was sich mit den frischen Zwiebeln vermischt, kommt auf jeden Fall sehr gut. Die Peperoniwurst macht eine leichte Würze noch mit rein. Dieses Rinderfilet, was drauf ist, merkt ihr, das wirkt irgendwie trocken und knatschig. Das ist sowas, sowas würde ich nie kaufen, Bruder. Ich würde immer sagen, was, Rinderfilet argentinisch, ist mir zu teuer, brauche ich nicht. Das ist hier, das können die Snobbs essen. Auf der Pizza hier, jetzt ist es was Besonderes, aber könnte ich auch weglassen. Ich stehe auf die anderen Geschmäcker. Und ich glaube trotzdem, mir fehlt einfach noch ein bisschen Schärfe oder ein bisschen Gewürz. Da gab es ja auch Pizza Bombay, Bombay, wie auch immer, scharf. Ich werde mir natürlich da noch ein bisschen Chilis drauf machen oder Chiliöl oder irgendwas. Werde noch Geschmack drauf zaubern. Aber wenigstens keine Soße, keine fettige Spezialsoße. Durch die Peperoniwurst ist das ja auch so fettig. Aber geschmacklich trotzdem in Ordnung. Finde ich sogar besser als die Burger. Ich glaube also, Burger brauche ich dann nicht mehr unbedingt, wenn ich essen gehe. Dann Pizza. Oder meine Mom hat auch mal dieses Fischfilet probiert. Das war auch sehr genial. Auch mit den Beilagen und dieser Currysoße. Oder Pupsi jetzt mit den Schnitzeln. Also für Burger nicht unbedingt, aber für Pizza und alle anderen Sachen könnt ihr da gerne mal vorbei. Und ihr merkt halt wirklich, dieses argentinische Rind, das ist halt ein bisschen zäh, sage ich mal. Alles ist schön weich. Und das ist dann, wie wenn ihr beim Subway euch dieses Cheese and Steak bestellt. Steak and Cheese, so rum. Das ist ja auch so richtig graues, dunkles Fleisch. Ich weiß nicht genau, was die da haben, aber das scheint auch irgendwie Rindfleisch so zu sein. So Steak mäßig. Hat so was ähnliches, aber da habe ich ja immer so viel scharfe Soße drauf. Das knallt alles rein. Hier noch ein bisschen Schärfe dazu. Dann perfekt, so als Snack für zwischendurch. Mal gucken, wie viel wir essen. Pupsi probiert auch noch. Vielleicht hebe ich noch was auf für die Mom morgen. Aber ist auf jeden Fall in Ordnung. Schmeckt. Ist natürlich etwas teuer, könnte man sagen. Aber es ist ja auch argentinisches Rindfilet. Rinderfilet. Das war es von meiner Seite aus. Hat also noch einen guten Ausgang genommen. Diesmal richtig gutes Essen dabei, sage ich mal. Und trotzdem sind die Leute immer freundlich da unten. Dass mal was in die Hose geht oder mal was missverstanden wird, kann immer mal sein. Ich weiß, beim Abo, wenn ich da immer sage, extra scharf, dann vergessen sie es. Oder ich sage mit Spezialsoße und sie vergessen das. Ist eigentlich fast jedes Mal so. Das kann ja mal passieren. Jetzt haben wir uns noch geeinigt. Alles ging gut. Deshalb Grüße an den Burghof. Macht euer Ding so weiter. Ist immer trotzdem was Besonderes, mal da einzukehren. Ich werde jetzt noch mal eine Pizza essen, bei Pupsi vorbeischauen. Die probieren lassen. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Wir sehen uns beim nächsten Mal.